Servus miteinander, da ist der Martin im Auftrag von OLED Österreich. Ich darf euch heute ein bisschen was zum MySale erzählen. Der MySale startet am Montag, den 21. um 10 Uhr für alle VIPs, die bereits den Diamantstatus erreicht haben. Ab 14 Uhr dürfen dann alle VIPs ab dem Status Silber ihre Bestellungen abgeben. Am 22. um 10 Uhr geht es dann los für alle und da werden auch nochmal ein paar Kontingente freigeschaltet. Das heißt, wenn ihr am Dienstag nicht zum Zug gekommen seid, könnt ihr es am Mittwoch nochmal probieren. Der Sale endet am 23. Mai um 14 Uhr. Natürlich bekommt ihr auch diesmal wieder ein kostenloses Geschenk zu eurer Bestellung dazu. Dazu müsst ihr euch nur in euren Account einloggen und eine i3e, so eine kleine Schlüsselbundlampe, in einer zufälligen Farbe wird eurer Bestellung automatisch hinzugefügt. Vergesst natürlich nicht, den Newsletter zu abonnieren, den OLED-Aktivitäten auf Facebook und Instagram zu folgen und im Shop gibt es auch diesmal wieder ein Glücksrad, da kann man jeden Tag drehen und Punkte und schöne Preise gewinnen. Beginnen wir als erstes mit einem nagelneuen Produkt, der Proves. Die Proves hat vorhin sechs LEDs und produziert bis zu 5000 Lumen maximale Helligkeit. Zusätzlich kann sie über einen Schiebeschalter ein Licht nach hinten abgeben, wie eine Laterne. Da sind dann bis zu 800 Lumen möglich und das Ganze ist da hinten stufenlos dienbar. Ich mache natürlich ein Video von der Proves selber, um die ganzen Sachen ein bisschen genauer zu erklären. Im Lieferumfang dabei ist so ein magnetisches Dock, also eine Station, die mit einem USB-C Schalter, USB-C Kabel ist natürlich dabei, stellt man wohin, wird aufgeladen. Das kann man dann entweder mit so einem Saugnapf, den kann man ankleben, irgendwo befestigen, am Schreibtisch oder wo es auch immer so schön stehen soll. Oder man kann es, da ist beigelegt, wenn man es fix wo montieren möchte, mit einem doppelseitigen Klebeband, was natürlich auch geht. Das hat wieder mal ein Stativgewinde. Einfach auf ein Stativ montieren und dann so verwenden. Möglichkeiten gibt es da ganz viele. Im Lieferumfang ist auch so ein Kunststoffholz da drinnen, wo man die Proves einsetzen kann und dann natürlich im Gürtel oder sonst wo anschlipsen. Zusätzlich gibt es diese Wandhalterung. Da kann ich die Proves irgendwo anschrauben, am Kastl oder neben der Haustür oder wo ich immer sie möchte und sie dann einfach nehmen, einstecken und man kann rausgehen. Also viele, viele Möglichkeiten. Zur Markteinführung könnt ihr die Proves jetzt mit bis zu 30% Discount kaufen. Als nächstes gibt es für die Langwaffe die Odin GL Mini. Die hat bis zu 1000 Lumen weißes Licht, einen grünen Laser und natürlich die Möglichkeit, einen Kabelfernschalter zu verwenden. Da kann man bis zu 35% sparen. Für die Kurzwaffe und mit bis zu 40% in verschiedenen Bundles gibt es die PL3S. Die habe ich leider nicht da, um sie euch zu zeigen. Die hat bis zu 1000 Lumen weißem Licht und einen zweiten Modus mit 200 Lumen für Situationen, wo man mal nicht so viel Licht braucht. Die ArcFeld UV kommt in der Sonderfarbe Black Lava und ist mit bis zu 35% herabgesetzt. Die wird es vielleicht als Vorbestellerartikel geben. Ein Bild habe ich da jetzt eingeblendet. Auf viele andere Farben der ArcFeld UV gibt es bis zu 40% Rabatt. Ein weiteres neues Produkt ist das Rubato 4. Jetzt mit Carbon Griffschalen und einer schwarzen Klinge. Natürlich dabei die neue Messertasche, die mit dem Reißverschluss, die ein bisschen massiver ausgeführt ist und ein schöner Coin. OLED bringt dieses Monat auch ein neues Multitool. Das OKS 2 aus Aluminium. Ist ein bisschen größer als das OKS 1, hat aber einige sehr nette Funktionen. Zum Beispiel eine kleine Klinge, die man mit einer Hand öffnen kann und einem Lock dahinter. Auf der anderen Seite eine Säge. Über diesen Hebel kann man da die verschiedensten Funktionen, Kapselheber und so weiter, rausklinken, die auch sperren. Und was ich ganz besonders toll finde, es gibt eine große Schere und da hinten drinnen im Griff der Schere ist eine Pinzette versteckt. Auch dazu mache ich ein separates Video. Als drittes neues Tool bringt OLED das O-Tackel D2 in Titan mit so einer Carbon-Einlage. Das Ganze kommt in so einem hübschen Köfferchen, hat da hinten einen Sperrschiebern. Wenn ich den aufmache, kann ich da diesen magnetischen Deckel aufmachen. Und wie ihr seht, da drinnen befinden sich dann mehrere Bit-Einsätze, vier Stück um genau zu sein. Die halten auch da drinnen magnetisch, dann wieder zumachen. Und das kann man entweder vorne ansetzen, wie so ein Schraubenzieher, oder wenn man wohl mehr Kraft braucht, im 90 Grad, wie so eine Ratsche. Und dann kann man das so aufdrehen. Auf alle diese drei Tools, das Robato 4 Carbon, O-Tackel D2 Titan und das neue OKS 2, gibt es jeweils 30% im Sale. Natürlich gibt es noch viele weitere Angebote, wie Blindboxen und New Product Packages und so weiter im Shop zu entdecken. Da also immer wieder mal ein paar Minuten investieren und drüber scrollen, ob nicht etwas Interessantes auftaucht. Einen DIY-Bereich gibt es diesmal leider nicht. Dafür gibt es auf ganz viele Produkte, beziehungsweise Produktlinien, 30% und bis zu 40% Rabatt. Und ich muss das kurz ablesen. Abgesehen von einigen Einzelstücken gibt es zum Beispiel die Perun 2 Mini-Serie, verschiedenste O-Balb Plus, verschiedene O-Lanterns in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, Warrior 3S-Serie, die Betten 3 Pro und die Betten 3 Pro Max in verschiedensten Formen und verschiedensten Ausführungen. Teilweise auch kann man da um ein paar Euro Aufpreis ein nettes Bandl schnüren. Zusätzlich gibt es natürlich wieder in Abhängigkeit von der Einkaufssumme ein Geschenk dazu, quasi als Mengenrabatt. Ab 79 Euro bekommt ihr den Edelstahlkreisel. Ab 199 Euro gibt es eine O-Pride 2 kostenlos. Ab 359 Euro gibt es einen Open Glow in diesem Christmas Green. Und ab 599 Euro gibt es eine Arcfeld Eternal, die ist aus Kupfer gefertigt. Falls ihr irgendwelche Fragen zum Sale oder zu den Produkten habt, schaut einfach auf mein Facebook-Profil. Den Link dazu gibt es natürlich in der Videobeschreibung. Dann sage ich einmal Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Pfingstwochenende. Und wir sehen uns am Dienstag nach Pfingsten in einem Live, wo ich nochmal die Produkte ein bisschen mit euch beplaudere. Danke fürs Zuschauen. Pfiat euch. Sargona Mitchum. Wir sehen uns am Dienstag. Ich wäre dort smack. Lêêêêêêêna. Geld du sagte. Untertitelung des ZDF, 2020